Es gibt den Korps, ich habe Ass9 suited. Er hat Ass3, bitte HOLD! HOLD! Nice Flop, HOLD IT! HOLD IT! HOLD IT! Hi ihr Lieben, mein Name ist Hansi Wurst. Vor wenigen Tagen hatte ich einen Final Table im GG Masters Double Stack. Wie weit das Ganze gegangen ist, ob ich es geschippt habe oder nicht, das könnt ihr jetzt hier in diesem Video sehen. Viel Spaß beim Zusehen und vergesst bitte nicht den Kanal zu abonnieren. Zwei Holz hat er noch. Aber ist er nicht. Nice! Nicer, nicer Dingens da, ne? Bot. Ich bin jetzt wieder zurück auf die Spins, weil ich aufsteigen möchte. Das heißt, wenn ich es schaffe in das 35% Rakeback zu kommen, dann würde ich wahrscheinlich wieder zurück switchen auf Blackfish. Ja auf Black, was da noch immer ist. Ja MAN! Hansel wurst! Hansel! Hansiel! Ja, Men! Hansel! Hanzi Wiamen! Hansel, sorry! Seid ich falsch, dass ich wusste, mein Timemake ist gerippt? ich habe nichts mehr deswegen habe ich schnell gebettet das ist natürlich jetzt keine optimale größe die ich hier wette leute durchfall curry genau das ist immer agro ich glaube hier werde ich jetzt aber jam weil vor der critique kommen wir ja realisieren weil er halt echt glaube ich recht viel blufft aber pech haben hat er halt was ne pech haben hat er was holdet er hat nur dame 8 was hat er eben gehabt leute mein gott was hatte der eben aber egal jetzt haben wir die chips oh mein gott ich bin dabei und treffen war acht viele hauts jetzt kommen sie gut aus da sieht doch gut aus muss nur positiv denken dann klappt so hohlin im gg masters double stack mit sechsen gegen neunen jetzt wollen wir aussacken und die sechs ja holt 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 ja man letzte woche hatten wir ein paar final tables die woche okay ich habe erst gestern gebrindet aber die woche müssen wir natürlich auch was machen jetzt ja man gg double stack wir sind zurück da zwei hände hat es gebraucht und wir sind schon wieder parat könige im job double stack okay let's go könige gegen ace king hold it hold it hold it hold it hold it hold it hold 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 ja man schöner stack jetzt für die bubble jetzt hier sind neuntern chips 254 spieler 197 kommen ins geld oh wir haben eine hand leute nice jetzt brauchen wir natürlich action hier zwei leute noch dann wären wir etm sind wir schon längst ich meine gibt es den nächsten pay jump so rein geht's triple me up asse gegen zehnen und ass neun hold hold ja man auch bei aces schwitze ich da immer in einem multi-way pot good luck es fliegt keiner raus am anderen tisch das heißt entweder sind wir vom pay jump raus oder kriegen die folds oder gewinnt wenn jemand call drei optionen wahnsinn ne es gibt den call von bayac mit king queen suited bitte britte halte bitte halte come on bitte halte halten 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 come on ja man super wichtiger pot nice sag ich das ist zu jedem pot ja ne alles super wichtige pots fördern chips jetzt yes aber so wichtig jetzt durchzhalten so wichtig und es gibt ein jam das könnte jetzt hier einer weniger werden können gegen queens und da ist die dame der suck out ist da und wenn es hält ist einer raus und wir pay jumpen und sind schritt näher richtung final table ok leute ab geht's final table gg masters double stack 4100 dollar gibt es von ersten 410 haben wir schon eingeloggt lasst uns das ding schippen natürlich gefällt mir auf jeden fall der macht das ganz solide hier ich bin auch in meine lieben falls ein kohl gibt denke ich auf es gibt ein kohl ich habe ace queen gegen könige ja bitte halt bitte kohlen holen holen ja man ja man back in town yes und alle regen sich auf am tisch tja leute so schnell gehe ich nicht hier weg ja das ist jetzt halt harte icm druck hier kannst du halt nur mitmachen wenn du wirklich was geiles hast weil das wäre selbst mord fast schon ja machen sie gut hier also sind auch schon ein paar ordentliche spieler hier am tisch live is pain schätze ich auch als soliden spieler ein die ganze zeit jetzt ist einmal endlich drin so und jetzt bitte raus mit dir come on kein comeback jetzt let's go lass uns pay jumpen könig 9 er hat eine gute er hat nur bube 10 was hat er die ganze zeit gehabt er kriegt bube er kriegt ein full house oh mein gott könig unglaublich mit der dass er noch belohnt wird für seine spielweise ist ja echt verrückt tja jetzt haben wir ihn noch lange an der backe leute das kann ich jetzt schon sagen also da ist der bube 10 dann hier gut lag könig 6 gegen das bube jetzt brauche hilfe da ist die sechs holt please holt 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 es gibt nur den linden wird es kreuen es ist queen gegen kommen zeig mir deine hand ass 9 bitte halte jetzt mal bitte halte jetzt kriegt er noch sein flush draw hold it nein split button brecher es darf doch nicht wahr sein leute es darf doch nicht wahr sein leute es ist unkaputt bei der mann ich gehe rein und ich habe könige erbuben holt ja mann aufgedoppelt dann werde ich hier folgen gut lag jacks gegen vieren wow ich hatte ass sieben come on hold ja mann da ist der pager endlich na geht doch und es gibt wieder die möglichkeit auf den pager oh er hat aber dame äh quatsch 8 müssen halten entschuldigung falsch geguckt vergesst was ich gesagt habe hold it ja man pager arm 973 bucks haben wir jetzt schon im sack leute wir haben könige gegen damen hold ja mann ja mann nice nice yes zu zweitern schiffs jetzt boom ja mann so let's go ich habe ass 2 suited und er hat 8 2 das sieht doch gut aus hold diesmal kein luck für den herrn hier come on pay jump is real let's go das ist die 10 und damit jumpen wir nice 1300 bucks haben wir im sack leute es gibt noll hin es gibt den call leute queen jack gegen könig 9 er ist vorne aber was für ein call leute hold 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 please hold please hold ja mann pay jump 1731 sind eingeloggt ja mann leute vier leute noch left ich gehe all in hier es gibt den call ich habe ass 9 suited er hat ass 3 bitte hold hold nice flop hold it hold it hold it das darf doch nicht wahr sein er trifft die 3 auf dem river auch leute nicht dein ernst oh mann oh mann leute nicht so ach herrje das ist ein 600 dollar pay jump der mit so einem schrott hart ärgerlich aber trotzdem schöner score 1731 bucks aber ich bin echt ein bisschen schade ein bisschen traurig muss ich ehrlich sagen so gut macht's gut danke fürs zusehen ich wünsche euch einen schönen oder eine schöne nacht kommt gut ins bett ciao ciao an an an